Moin Moin, ein, zwei Worte von mir zu diesem Key Protector. Das ist einmal so eine Schnalle, da kann man seinen Schlüssel einfach drunter bringen. Den steckt man dann hier rein. Das isoliert dann Signale. Man kann theoretisch auch andere Sachen da reinpacken. Das muss gar nicht ein Schlüssel sein. Das ist halt ein isolierendes Ding, was so Fangstärke einschränkt. Und das gleiche gibt es natürlich dann auch noch in Groß als Box. Finde ich eigentlich noch interessanter. Da kann man dann neben seinem Cash Key auch noch andere Sachen drin unterbringen. Ja, das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an... Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Gucci-Flair. Mit dem typischen Gucci-Streifen. Ist aber nicht unbedingt schlecht. Und genau...